noch weiter abtragen irgendwie noch ist komisch aus uns naja mach ich schon noch ne musst du eh nicht da viel nach ich weiß ja du hast gar nichts klar nein so eine diatruhe und eine zweite wäre jetzt schön zweite diatruhe da mit das reinpumpen und von da einfach wieder nur mal ob das klappt einfach hoffst du klar ich hoffe immer wenn das nicht habe ich pech gehabt carpentere schlecht die apple salber und ich finde ich extra machen kann dass man die alle in einer gegend hat klar kann man immer machen ja klar mit den großen mit den großen bienen stecken kannst du temperatur einstellen und gewisse vorteile daraus ziehen temperatur erhöhen kann sie temperatur niedriger machen und dann ist es egal in welchem biome das ding steht natürlich besser immer wenn einfach ein normales biome nimmst und das dann der zu dir irgendwo bei dir hin oder was oder machst du dir extra so ein bienenhaus dafür die großen klar mach ich die großen ja nee ob du die extra ein bienenhaus dafür machst die großen dinge drinstehen weiß ich noch nicht aber jetzt extra nur sondern den turm umgebaut wo ich halt ja genau ja wo ich die maschine jetzt anstelle würde doch schon geil aussehen oder nicht naja klar wenn du die extra so einen riesen bienenhaus dafür ich will ich ja wo dann die großen bienenstöcke drinstehen hast ja will ich anders holz aber haben es dauert aber noch ist bei der ist bei dach so dass dahin die wir dann ep machen das erst mal so daran pumpen so ist das und nicht anders ne flash was denn da nix einfach nur so siehst du aber ich hasse das wenn der doppel sitzt bei mir ich mich extra verdrück anwesende mit hohe wegpumpen kippt die mädchen die mädchen weg nach wie könnte eigentlich gar nix doch hier muss der tierpapen nein musste gar nicht drauf nein das ist doch keine ahnung na ja wir hätten mal diesen schmetterlings mit reinnehmen sollen ist er nicht das gar nicht doch ist ja tauchen aber jetzt mittlerweile glaube ich nur auf in gekreuzte bäume da sind also ich hab dir einfach nur gesucht die haben wir bestimmten namen gibt einfach mal stone ein müsste brimstone rauskommen also der schmetterling da sind sie ja da sind es weiß ich dachte der wird auch nicht dabei aber es wäre doch man kann es auch noch einiges mitmachen oh ja wie würdest du denn die bäume kreuzen mit bienenfeuer was so die bahn das gleiche wie die schmetterlinge und dann müssen wir ja das kann weg das kann weg ich bin nicht gleich um nicht was klick 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 es ist auch schon wieder er soll hier weil wir zum geschlagen da kommt dieses klick 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 wo man doch mit durch zwischen das passiert wenn ich jetzt die blöcke setzt und meinen jetpack und dauernd wieso spacken meine zons denn so klar beherrschte ich doch mal options aus produzieren brauche dafür dies jetzt eigentlich nur noch weil wenn ich das anschließende müsste jedoch voll energie durchziehen ja keine ahnung doch doch noch was ist mal so irgendwas hat er jetzt wieder dass es wieder besser läuft ich weiß es auch nicht okay man sieht nicht schlecht aus dass wir mit dem stamm gemacht hast ich weiß klar sieht doch voll geil aus ich finde das voll geil mit dem turm ja aber hätte hätte aber warum den tank meinen keller setzen warum nicht einfach mal aufs dach da muss ich ja noch einen keller ausschalten der turm hat sich angeboten dass es so ist das mit den neuesten hast du echt gut gemacht das sieht nicht schlecht aus hast du beton stufen genommen scheiße was soll jetzt weiß nach oben das kommt doch ganz gut dass da produziert das kommt erst anders hin weil ja noch gesehen gab das war nichts drin aber warum müssen die noch ein loch ach da weiß ich noch nicht vielleicht für kabel oder erst mal so lassen keine ahnung was soll man noch ein trichter trichter und waterproof pipes 5000 mal die wege latschen hier damit zu dir wird hier was ist doch normal ich weiß habe ich auch gemacht eigentlich bestimmt weißt du doch ja und natürlich habe ich meine schaffe quält er hier die armen schafe die sind quälen sich gar nicht da fehlt da nix das einzige was ich quält sind bald die chocobos das ich wundere mich gerade ist ja gemein ehrlich so einmal das die nehme ich einfach nur noch irgendwie vorangehen ich kenne dich dann ist wieder heile machst mich gar nicht wieso lecken ist gerade so was aber jetzt nicht guck mal das magnet aus oder ist alle magnetischen sachen ausgezogen magnet ausgemacht gerade das problem eben schon gehabt dass das ist offen über mich flog ja weil dann kommen die mich verschieden kommen die ganzen sachen durcheinander verschieden rein da kommen irgendwelche kommen kacktränke raus was guckst du dies funktioniert das ist nur über wie peter durch die trichter komme ich hier hinten nicht ran da kam klaus dann rein kommt hier komm mal her komm mal mit ganz ernsthaft warum der trichter sind komm mal mit die treppe oben ja wo soll ich das denn wissen was du gemacht hast ich hab doch hier oben noch nicht geguckt guck mal da sind schilder für blöde das kommt alles hier durch dafür sind auch zwei work table extra hier hier ist auch extra nur dass ich hier gold schmieden gold machen kann mit youtube meta das wusste ich habe noch nicht alles hier drinnen man soll ich das bitte schön wissen was wir hier einfach mal scheiß gebaut hast dafür mal zuhören ich weiß gar nicht wie lange das schon existiert hier siehst du es aber auch schon merken wir mal hier könntest du mal vielleicht schon blöd wenn man chance trinke werfen will na ja ja das ist weil du immer weiter gelaufen bist du hast was ich nicht gekriegt was denn ist wieso soll ich ganz gut ganz schnell man muss ich dich einfach nur mal treffen aber ich glaube dann denke darum zu meckern mit der rüstung brauche ich drei tränke na ja das wieder hoch das gleiche ende ich weiß in drei minuten macht mich schon wieder traurig nicht nicht ja aber das tut doch nicht nachher durch das sagen was denn so kacke wird es trifft nicht da kann ich ja obwohl ich könnte ja über die decke gehen einfach könnte es gar nichts klar nein aber dieses verfickte geräusch welches mit kommt jetzt oder kam mir zu ihm in den ort hatte geht dann läuft ja punkt ja auch endlich honig in den tank das schaffe ich noch in einer minute ja doch das ist sehr sehr schön ja wieso weiß ich nicht das so einfach nur darum wow ich habe immer noch so viele wababäume rumstehen wabawawa die ich mal gesetzt hatte ja das war alles vom anfang ja so ist es denn liquid 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 im tank findest du findest du findest du propolis auch nö das gibt es ja auch noch hier ach du scheiße jetzt hat er wieder 60 fps jetzt geht er gleich wieder runter aber wenn die videos gucken dann ist das nicht so lecky na wann kommt denn honig und jetzt ist honig durch das rennen wird das ja wieder besser komisch aber immer so anderthalb stunden und dann so nach zwei stunden wieder geht es wieder ich mag dich nicht ich muss eben noch was machen wir müssen ein bisschen länger machen ja ist ja kein problem eine halbe stunde leckt dass du weiß auch nicht festplatte spinnt ein bisschen kann sein dass du dich schon zu lange hast und immer wieder neu machst keine ahnung möglich wenn du immer viel zu viel löscht nach der zeit alles möglich jetzt geht er wieder runter also irgendwie eine macke hat er gerade wusstest du das? Konk auch virtual dub benutzt? was? virtual dub? nö kannst du auch mit aufnehmen aber das nutzt er mal um seine aufnahmen zu retten wenn irgendwie scheiße passiert ist ok na keine ahnung keine ahnung keine ahnung bei mich oder wie das heißt ne da hat er letztens das waren zwölf stunden an aufnahme die er da retten musste ok ja wenn du mit der story aufnimmst wenn du das hast du ab und zu wenn du zu lange aufnimmst dass er einfach dateien weg sind ne also zum müde bei mir ist das wenn ich die audiospur extra hier dass die dann nicht komplett raus geht ach so wenn du eine bestimmte auflösung nimmst das ist ja das problem aber dann kannst du das exe nochmal wird das programm was du noch bei ist raus holen aber da musst du dann die qualität von dem ton unterstellen aber naja aber konk ist auch so verrückt und nimmt fast zehn stunden oder so am stück auf ja und hat es ja auch kannst ja auch ja hätte ja auch die zeit dazu ja naja obwohl er muss sich ja noch recht für um seine firma kümmern ne ja klar aber er macht den ganzen tag das nur ja dann wäre das ja schon deswegen eines tages du ja wenn du wenn die dann auch genug gucken bei dir dass du nicht nur eine ahnung wie viel prozent hast eines tages am youtube pimmel 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 17 grad haben wir es bei uns jetzt draußen hm keine ahnung weiß ich nicht ich bin in den stellen schnapp runter gekommen bei mir habe ich mich ja nicht gehört ja gehört habe ich es aber jetzt ist mir nicht angesagt naja naja das 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 klappt mit dem propolis hier nein ach man die authentik geht es da dran kennst du woher muss das propolis hinpumpen in weiß das propolis propolis das gar nicht was man daraus verarbeiten keine ahnung was ein propolis propolis es leckt irgendwie der server oder ich kann nichts öffnen bei mir geht es doch bei mir geht es tschüss ah warte auf yay ich würde mal sagen dann werden wir hier die aufnahme bis zum nächsten mal beim bekloppen tschüss tschüss und abonnieren ist kostenlos nicht